Hi Leute, ich bin's AlexPlays und willkommen beim neuen Live-Kommentary auf meinem Kanal. Und ja, wir spielen die WW2 Beta-Version mit der PPSH. Und ja, ich spiele auch zum Rule-Snipe-Account, weil ich mit dem Rule-Klan nachgejoint bin. Link in der Infobox vom Clan, die haben auch YouTube, also wir. Und ich werde vielleicht als Kommentator auch nachjoinen. Ich überlegs mir noch, ich muss mir vielleicht noch ein neues Headset kaufen. Und ja, wir spielen jetzt diese Runde. Ich weiß nicht, wie die PPSH ist, weil jeder No-Scot-Bit irgendwie, aber ich versuche das jetzt mal ein bisschen. Also auf Long-Range würde das auf jeden Fall nicht klappen, aber... Zwiefern wird jetzt nicht so nice aussehen da drauf. Und ich wollte jetzt, ich glaube jetzt so im nächsten Monat anfangen oder Mitte, jetzt so einen Livestream machen. Somit jeweils 10 Euro TSC-Karte. Und die werde ich dann im Video verlosen, also es wird ein Livestream sein. Und wenn ich immer 5 weitere Abonnenten dazu bekomme, werde ich immer einen PPSH-Karten-Code im Stream, einen Kommentar einfügen. Und ihr, der als erstes den Code eingetragen hat, kommt den halt. Und ja, das wird so ein Livestream-Code sein, ihr werdet es 10 PSC. Und ja, und falls sie nicht gewinnt, ich werde auf jeden Fall noch ein Gewinnspiel machen. Also, die, die der 50 Abonnenten eigentlich, also bei 50 habe ich ja schon eins gewinnt gemacht. Hat jetzt auch jemand gewonnen, der Marburg. Ja, ich spiele jetzt mal weiter. Ja, immer wenn ich auf den Scoreboard gucke, werde ich absolut sterben. Und beim Ruled Sniper-Code werde ich auch, glaube ich, mehr snipen. Also wenn ich noch den UK-Ando-3 hinbekomme, die ich noch nie hinbekomme. Und er kriegt euch mit der Piste, Piste. Und ich weiß nicht, wie das geht, aber bei mir stück die da hinten. Also, das ist halt nicht mein Stil, das war absolut geil zu spielen. Das war so 20er. Und das auf alte Spiele, so 2. Weltkrieg, steht da immer, das macht einfach, ja, irgendwie altmodisch. Darauf stehe ich eigentlich nicht, eher so auf Zukunft. Zukunft finde ich auch eher besser, als wenn ich es gab. Ja, ich finde die Waffen, ja, ein paar Waffen finde ich jetzt gut, aber manchmal absolut scheiße. Zum Beispiel, es gibt nur zwei Sniper, aber ich weiß, es kommen bestimmt noch mehr Waffen raus. Das ist ja erst mal die Beta-Version. Ich hoffe, es tut mir viel Spaß. Das machen wir durch, ich überlöse mir noch, ob ich die kaufe. Das war ein Rennen. So. Enemy Recon Aircraft in the air. Woher habe ich denn gewusst, dass da eine ist? Da musste kurz ein kurzer Cut rein. Die Runde ist gleich vorbei, wir verlieren leider gerade noch so eine 1er-Karrie. Also die Spiele sind jetzt nicht so viele Schwitzer wie in BO3, also man kann eigentlich nicht so rumspretten. Bis ganz da rumgehüpfen. Und hier geht es auch bis 5.50. Bis 100 wäre auf jeden Fall eigentlich Spisse. Okay. PPSR macht auf jeden Fall Spaß. Kickmarker. Das sind auf jeden Fall mehr Gegner. Ich will auf gar keinen Fall aus Freakcam sein. Ich bin jetzt schon weg. Was macht denn die da so oben? Wollen die alle auf Freakcam machen, oder? Na ja, als ob noch keiner gestorben ist. Die brauchen noch einen zu töten. Also Trickshotten tun die, glaube ich, nicht. So schwer ist das doch nicht. Hallo. Bestimmt bin ich jetzt da aus Köln. Hallo. Ich laufe hier hin und her. So. Natürlich Einsert geschossen, wegen Erreichweite. Alter. Was hätte er mir jetzt gegeben? Das war Blutwinkstick. Die versuchen halt echt zu Trickshotten. Die wollen uns echt runter machen. Sniper gegammelt. Die machen bestimmt gerade Sex-One-Party. Fick dich doch. Jetzt versucht ihr da zu glitchen, oder was? Okay, ich hab das Session bekommen. Jemand da hochkommt, keine Ahnung. Egal, die sollen Trickshotten machen. Auf jeden Fall ein Comeback. Was ist das? Oh. Hat ich doch nie. Oh, ein Double. Wie nice. Also die Streak hatte ich jetzt zum ersten Mal. Weil ich so schlecht bin, aber weil die gerade zu Fakes sind. Ich komme noch ein Kill. Ich stehe die Streak noch hoch. Fick ich doch. Schadkoppel ich auch gern. Aua. Mein eigener Street Bandit. Auf jeden Fall machen wir nicht oft ein Comeback. Die Runde war jetzt nice, aber... Ja, die war auf jeden Fall nice. Okay, das war's jetzt auf dem Video, tschüss bis zum nächsten Mal, tschüss.